hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play und zwar allen grad mit mir aus dem tv wir gehen jetzt erstmal rein okay das zweite mal gestartet ich habe das zwar nicht ich muss mal schauen wie ob das kommt in der woche schätze was so dreimal wird es so kommen und drehen eine woche genau wir spielen circa mit 2000 mods jetzt mal einfach hier die kategorie anhänger gehen ist ja gar kein problem hier sehen wir es sind nicht so allzu weniger anhänger also modauswahl haben ein paar genügend ist alle mods zirka von mod hab ich will die immer auch updaten und wenn dann neue zugrunde natürlich auch runter und sie werden stetig mehr im ort und ich werde ihr aber nicht erwähnen dass das jetzt noch dazu sind weil es passiert täglich ja was können noch sagen dass die zieht kommen wir kamen am donnerstag raus durch eine kleine leistung gemacht und wenn es was mal gucken wo was hier phase ist also wie öffne ich denn jetzt hier glaube kompanien ok da genau halt nicht verwechselt ok wir haben schon kühlt gesehen zehn schluck schon mit der stadt gemäß haben wir ich habe gerade gesehen ich habe das spiel als erst mal gestartet self game muss mit überblick geil das ist geil wir müssen das war sachen ja entstellen was vom ton her sehen wir nicht so aus heute lauter aus 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 was du hast du schnell kannst sterben aus was das stört anfingen an aus aus so das ist die tag hier nicht geil eigentlich ich habe gerade angemacht weiß nicht ob ihr den hört schon knorke höhere und die glücke manchmal kleinen überblick geschafft von den fahrzeugen her was für felder gehören und wo sind wir überhaupt da oben sind wir kein anderes feld nicht okay das lustig wir haben nicht das geil man ist am anfang ehrlich gezwungen als erst mal gras zu machen dann mit können zu viel wirtschaften das man geld bekommen das ist richtig geil das gefällt mir so wir fahren zuerst mal ja 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 wasser holen zum rücker ich kann auch noch wo man hier wasser holt ja dass die auffahrstation das ist das wasser fass angekoppelt so schätze mal hier in am brechtel kommen hier bestimmt wo man wasser zappel gehen oder es hast ja die genehmigt sich gar nicht wie testen es aus aber auch mehr temperament stufen drin ich weiß dass es nicht verweist alles drin haben weil das mod kann man schon überblick verlieren das gefühl wo kann man denn hier rin gefahren zum bächle das ist so steil oder das ist so steil oder freunde sie war jetzt müssen wir überall zahlen ein bisschen kann er noch etwas zu holen hier am strand mehr wir wenden mal gottchen und fahren die stürmer hier mehr auf strand ihr was holen kann ich darf das so wir versuchen ich versuche natürlich relativ realistisch zum spielen das ist das mal anfangsplan so viel mit euer vertiebe und so und da wo es sich geht geht es nicht aber so schon zu machen wo es spaß macht ja die zeit ist ein wunderschönen tag ja da war ich jetzt ein gut ich muss sagen schon den ich habe jetzt schon zwei stunden das ungefähr gespielt das macht die maschinen wo dabei ist das ist schon richtig cool muss ich sagen aber die map so ist auch ganz schön gemacht also kann man noch ein bisschen schöner meinung aber das ist meine meinung ihr könnt ja mal eine meinung zum dlc gerne mal in die kommentare schreiben ich habe etwas interessieren und dann hier wasser wo es war noch eine batterie gewalt so neige ganz hier lang so gerade verstanden man sonst geht über die noch schnell ja ein spaß ich weiß das heißt nicht wann wo die die barriere geht ob sie bei mir schick arbeit muss ob sie dann eher zu nahe geht ich habe keine ahnung ein bisschen wasser ich bin noch schafft das war sehr gut nach der sichtungskosten so abfahrt ich muss sagen ich muss sagen ich muss sagen ich kann nicht allzu gut aus und als 19 als 17 war schon ein bisschen gefox hat drin ja mal schauen wie wir das einsetzen müssen wir mal schauen ja so in der die aus mensch mensch mir gar nicht angebaut was das holen da rufst du nicht voll gefasst vorbei das produktivität für deine kühle könnte besser sein als das produktivität für deine kühle okay das interessant aber ich finde das sehr interessant das scheint das wirklich so das sind am anfang mit geschluckt nur kühler hat er nichts anderes das geschieht gar nicht ich überrascht mich ich heiße nicht was schützt das ist aber geil keine idee da kommen wir dann also anzufangen wie sonst immer die aus schon kämpfen wenn sieben tonnen so ist die andere frau ich habe bloß ist da kann man was wenn ihr ein bisschen wasser holen ja jetzt jetzt ich bin so ein depp vom jahren das hat der felter mann wie gesagt leute hier aus das ist ja mit der beine hingestellt ok der lindner ok wir können mal direkt ein bisschen grass da ich weiß noch gar nicht angekommen ist ja auch richtig schön was eigentlich ist so starte bus das lügt schon mal das war sehr gut also war schön über morgen haben wir hier blumen tun oder was Oh Gott schön Oh Äh Ich habe Paletten Äh Buchern ist ja tatsächlich Okay Ah Du lieber Gott So Wer macht das von Ich verträume da Hm Fehlt denn noch so Strohpillets Gras Gras Frisch Gras Heu Lieber Gott Weiß Silage Heu und Gras Okay Da Könntet man da In die Bühre rein springen Und schon mal ein Wendel dran nehmen Das würde auch mal funktionieren Sehr Sehr Hoppala Räumchen So Ja Das scheint es funktionieren Aber es kann auch uns Explorer Das ist auch ein Räumchen Okay Der Herber da, der macht uns schon Verträume da blend So Das ist auch so ein excessional alpin Äh Etz Verbände Ja 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 gut Ah Leute ist es schon Das war schon immer die Folge Welche Folge von Und das ist ein Doppchen da Und ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe Nächster Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag Hautern auch nicht vergessen Und Tschau Tschau